Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Testbericht für www.funkopfhörer-infos.de. Heute habe ich mir wieder ein sehr günstiges Modell angeschaut und das seht ihr hier. Es handelt sich hier um den HD 007 von KingYu und er kostet zum Zeitpunkt dieses Tests ca. 30 Euro. Auf der Verpackung haben wir noch ein paar Infos und zwar haben wir 40 mm Driver, der Kopfhörer ist faltbar, die Laufzeit liegt bei 12 Stunden, er ist per Klinkekabel anschließbar, bis zu 12 Stunden Musik eben und man kann hier auch wieder das Telefon, also Telefonfeatures quasi managen und zum Beispiel hier die Wahlwiederholung aktivieren. Das hier ist die Rückseite, hier haben wir auch noch ein paar weitere Informationen und zwar über die Profile. Hier werden wieder die Standardprofile unterstützt, das ist HSP, HFP, A2DP und AVRCP. Dann haben wir bis zu 10 Meter Reichweite, der Durchmesser der Treiber liegt bei 40 mm, das hatten wir schon im Benaz 32 Ohm. Der Frequenzbereich ist auch bei 20 Hertz bis 20 Kilohertz und hier ist ein integrierter Akku verbaut, das ist ein Lithium-Polymer-Akku, aber wie gesagt, da sind wie immer technische Daten, die packe ich wieder alle in den Testbericht in eine Tabelle. Das war es jetzt hier von den Informationen auf der Verpackung und deswegen beginne ich jetzt hier direkt mit dem Unboxing. In der Verpackung haben wir hier direkt die Hartschalentransportbox und zwar nur die Hartschalentransportbox, sonst ist hier nichts enthalten, deswegen mache ich das Ganze weg, denn die ganzen Zubehörteile sind in dieser Transportbox. Die Transportbox an sich ist erstmal sehr, sehr praktisch, weil darin kann der Kopfhörer natürlich gut transportiert werden. Hier drin haben wir ein Putztuch, das seht ihr hier. Dann haben wir hier ein Klinkekabel, 3,5 mm. Wir haben hier die Anleitung und die nehme ich jetzt hier mal heraus. Das hier ist die Anleitung, die ist auf verschiedenen Sprachen verfügbar. Englisch ist auf jeden Fall dabei, ich schaue gerade mal nach. Deutsch ist auch dabei. Das hier ist die deutsche Anleitung und da wird eben alles beschrieben. Klinkekabel hatten wir schon, Putztuch und dann haben wir hier den Kopfhörer. Und da ist noch ein Ladekabel, wie immer Standard-USB bzw. Mikro-USB-Ladekabel. Das hier ist der Kopfhörer und da sind noch Schutzfolien drauf. Die entferne ich gerade einmal kurz, denn das Ganze hier ist in einer Klavierlack-Optik gehalten. Ich klappe den Kopfhörer jetzt auch direkt einmal auf. Ihr seht, der ist faltbar und das hier ist der Kopfhörer. Aber wie ihr hier bereits erkennen könnt, also ich drehe das Ganze mal hier rüber, diese Kopfhörer hier sind ohraufliegend. Also die sind nicht ohraumschließend, sondern ohraufliegend. Das ist nicht jedermanns Sache, aber wie gesagt, das müsst ihr selber wissen, ob euch das gefällt oder nicht. Der Kopfhörer hat hier an den Ohrmuscheln Gelenke. Ihr seht, das ist so eine Art Kugelgelenk. Hier kann das Ganze angepasst werden in alle Richtungen. Der Anpassungsgrad ist nur minimal, sollte aber ausreichend sein. Höhenverstellbar ist der Kopfhörer auch. Das seht ihr hier. Und hier der Bügel ist metallverstärkt. Dann haben wir hier ein Kopfpolster oben. Das ist sehr schön weich und mit so Kunstleder überzogen. Dieses Kunstleder mag ich. Die Ohrmuscheln selbst hier sind mit einer Art auch Kunstleder überzogen. Und das Kunstleder hat so Punkte, vielleicht zur Belüftung vermutlich oder nur Design. Das weiß ich jetzt nicht genau. Da muss man raten. Ihr seht hier auf der Seite des Kopfhörers, dass hier alles in Klavierlackoptik gehalten ist. Da muss man natürlich immer abwägen. Das sieht schön aus, reflektiert aber auch stark und verkratzt sehr schnell. Das ist halt immer so, muss man abwägen, was man eben mag und was man eben nicht mag. Ob man Klavierlackoptik jetzt mag oder nicht, ist eben Geschmackssache. Auf der Seite hier haben wir dann noch ein paar Bedienelemente. Und zwar sehen wir hier einen Play-Pause-Knopf. Dann sehen wir hier Vor- und Zurück. Da ist aber direkt auch ein Plus- und ein Minus-Knopf daneben. Das heißt, der Vor- und Zurück-Knopf ist automatisch auch für die Lautstärke zuständig. Dann haben wir hier auf der Unterseite den Klinkeranschluss. Wie gesagt, der Kopfhörer kann nämlich auch per Klinkkabel angeschlossen werden. Auf der linken Seite hier ist der Ladeanschluss. Und das ist vermutlich das Mikrofon. Und ich muss sagen, so für 30 Euro macht der jetzt erstmal einen guten Eindruck hier. Die Gelenke hier oben sind auch metallverstärkt. Also hier innen, das ist aus Metall. Das muss man positiv hervorheben. Allerdings sind dann die Gelenke an sich hier, sind auch aus Metall. Das seht ihr hier. Da. Und das ist, sag ich jetzt mal, recht gut. Am optimalsten wäre es natürlich, wenn dieses Gelenk komplett selbst hier auch noch aus Metall wäre. Aber wie gesagt, 30 Euro, da muss man auch abwägen. Preis, Leistung, was kriegt man überhaupt für 30 Euro. 30 Euro ist wirklich sehr wenig. Ich drehe den Kopfhörer jetzt noch einmal. Dann könnt ihr den Kopfhörer hier sehen. Für 30 Euro macht der auf mich einen wirklich guten Eindruck. Und ich werde mir jetzt natürlich wie immer hier alles anschauen. Ich werde Testaufnahmen machen. Ich werde den Kopfhörer tragen. Wie immer meine Testlieder hören. Werde mir anschauen, wie ist der Klang. Kann ich mit einem Equalizer etwas machen. Und das Mikrofon werde ich natürlich auch testen. Und dies und mehr gibt es nun im Anschluss. Aufladen und Pairing Im ersten Schritt habe ich den Kopfhörer wie immer voll aufgeladen. Dazu wird das mitgelieferte USB-Kabel in den Micro-USB-Anschluss am Kopfhörer gesteckt. Sobald der Kopfhörer an den Strom angeschlossen wurde, beginnt die LED über dem Anschluss rot zu leuchten. Nach etwa 2-3 Stunden ist der Kopfhörer voll aufgeladen und diese LED erlischt wieder. Der vollgeladene Akku hält für etwa 12 Stunden Musik hören. Jetzt verbinden wir den Kopfhörer mit dem Smartphone. Dazu aktivieren wir zuerst den Pairing-Modus, indem wir die Play-Pause-Taste so lange drücken und halten, bis die LED an der Seite abwechselnd rot und blau zu blinken beginnt. Der Kopfhörer gibt dabei auch eine Audio-Meldung aus, welche ich euch nun kurz einmal einspiele. Wir öffnen jetzt die Bluetooth-Einstellung unseres Smartphones und wählen hier den Kopfhörer aus. Alles ist nun verbunden und einsatzbereit. Die Bedienelemente am Kopfhörer An der linken Ohrmuschel befinden sich drei Tasten. In der Mitte haben wir die sogenannte Multifunktionstaste und da ist ein Play-Pause-Symbol dran. Das heißt, wenn Musik läuft, könnt ihr mit diesem Knopf die Musik pausieren oder fortsetzen. Wird diese Taste jedoch 2 Sekunden gedrückt und gehalten, so geht der Kopfhörer ein oder aus. Wenn ihr in den Pairing-Modus versetzen wollt, dann müsst ihr diese Taste eben so ungefähr 8 Sekunden drücken und halten. Das habt ihr vorhin ja bereits gesehen. Wird diese Plus-Taste hier 2 Sekunden gedrückt und gehalten, so wird ein Lied vorgesprungen. Wird sie normal, also einmal gedrückt, so erhöht sich die Lautstärke. Das gleiche gilt auch für die Taste hier außen. Drückt ihr diese Taste einmal kurz, so wird die Lautstärke gesenkt und drückt und haltet ihr sie 2 Sekunden, so wird ein Lied zurückgesprungen. Mit diesen Tasten können aber auch Anrufe verwaltet werden und die weiteren Funktionen dieser Tasten, die packe ich wieder in eine Tabelle, die ihr im Testartikel findet und den Link zum Testartikel gibt es wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Der Mikrofontest An der linken Ohrmuschel befindet sich ein Mikrofon, denn ihr könnt mit dem Kopfhörer auch telefonieren. Jetzt folgt eine Testaufnahme mit diesem Mikrofon. Dies ist eine Testaufnahme mit dem KINYU HD-907. Ich trage den Kopfhörer ganz normal auf dem Kopf und spreche in einer normalen Lautstärke, in der ich auch ein Gespräch führen würde. Ich sitze vor meinem Computer. Ihr habt jetzt die Mikrofonqualität und könnt euch jetzt aufgrund dieser Aufnahme euer eigenes Bild von der Mikrofonqualität machen. Der Tragekomfort Ich persönlich bevorzuge ohrenumschließende Kopfhörer, muss aber zugeben, dass ich den HD-007 doch recht bequem fand. Beim HD-007 handelt es sich um einen sogenannten On-Ear-Kopfhörer, der die Ohren nicht umschließt, sondern auf den Ohren aufliegt. Ein Vorteil dieser Bauweise ist, dass man hier nicht so schnell schwitzt. Allerdings kann Schall von außen auch besser eindringen und die Umgebung hört auch mehr davon, was man selbst hört. Das Kopfband des Kopfhörers ist höhenverstellbar und kann so an die Kopfgröße des Trägers angepasst werden. Beide Ohrmuscheln sind an flexiblen Kugelgelenken befestigt, welche sich an den Kopf anpassen. Ich demonstriere hier einmal kurz den Bewegungsradius, dieses Kugelgelenks. Die Ohrpolster sind 6 cm breit und 7 cm hoch. Hiermit meine ich nicht die Innenfläche, sondern wirklich die gesamten Polster. Die Polster sind auch weich und ich fand den Tragekomfort für einen On-Ear-Kopfhörer gut. Der Klang Der Klang des Kingu HD 007 hat mich sehr überrascht, denn für einen Preis von 30 Euro ist der Klang wirklich gut. Der Kopfhörer hat einen kräftigen Bass und auch die Höhen und Mitten sind gut. Der Bass klingt bei Liedern wie The Next Episode oder Better of Alone wirklich gut und schön kräftig. Generell finde ich den Klang auch ohne Equalizer schon sehr ausgewogen, ohne dass er dabei zu dumpf oder zu hell klingt. Ich persönlich hatte hier kein wirkliches Bedürfnis, einen Equalizer zu nutzen. Einzig und allein die absoluten Höhen könnte man, je nach Geschmack, leicht abschwächen. Das merkt man zum Beispiel bei Liedern wie Susanne Vegas' Gypsy oder der Piano-Version von Where's My Mind. Wie gesagt, wenn, dann nur minimal. Zu diesem geringen Preis hat mich der Klang wirklich beeindruckt. Die Verarbeitungsqualität Für einen Preis von 30 Euro ist die Verarbeitungsqualität gut. Klar könnte man hier noch manches verbessern, aber bei 30 Euro ist wirklich nicht viel Spielraum vorhanden. Das Gewicht des Kopfhörers beträgt ca. 140 Gramm und damit ist er wirklich sehr leicht. Der höhenverstellbare Kopfbügel ist metallverstärkt und für diesen Preis wirkt alles recht solide verarbeitet. Die Gelenke, an denen der Kopfhörer zusammengefaltet werden kann, sind außen aus Metall. Wie ihr hier sehen könnt, ist der Innenbereich hier nicht aus Plastik, sondern auch aus Metall. Das gefällt mir persönlich sehr gut und ich finde, dass dieses Teil am besten immer aus Metall sein sollte. Wer den Kopfhörer oft zusammenfaltet, dem empfehle ich auch hier nicht zu stark zu hebeln, sondern den Kopfhörer eher inzufassen und dann zu falten. Für diese Preisklasse ist die Verarbeitung meinem Empfinden nach sehr gut. Mein Fazit Der Kingio HD 007 ist mit 30 Euro wirklich ein extrem günstiges Modell und hat mich positiv überrascht. Klanglich hat er meine Erwartungen sogar massiv übertroffen. Ich hatte mit starken Schwächen in Höhen und Tiefen gerechnet, welche aber so nicht wirklich vorhanden sind. Im Lieferumfang befindet sich auch noch eine Hartschallentransportbox, welche einzeln allein einen Wert von ca. 10-15 Euro hat. Eine wichtige Sache hatte ich vergessen zu erwähnen. Denn der Kopfhörer kann auch per Klinkekabel angeschlossen werden und kann somit auch flexibel und auch ohne Akku verwendet werden. Wer ein kleines Budget hat und außerdem nichts gegen On-Air-Kopfhörer hat, der kann sich diesen Preis-Leistungsknaller auf jeden Fall einmal anschauen. Das war ein weiterer Testbericht von mir und ich hoffe, er hilft euch weiter. Alle Links und weitere Infos gibt es wie immer unter diesem Video. Das war's von mir. Ich bin raus und wir sehen uns im nächsten Video. Ich bin raus und wir sehen uns im nächsten Video.